Be a Star Be a Star Be a Star Wir sind bei Be a Star heute in Brandau im Odenwald und ich habe die zwei Mädels, die heute zum ersten Mal hier vorgesungen haben bei uns und dein Name ist bitte? Livia und Schatzi Mavridis Deiner? Heilat Jigal Woher seid ihr denn? Aus Gardernheim, also hier in der Nähe Ich bin aus Brandau Direkt aus Brandau, also hast du ein Heimkontel? Sozusagen? Ja Hast du ein paar Fans mitgebracht? Ja klar Ich bin hier Fan Eure Hobbys hätte ich gerne mal gewusst Ich tue gerne Babysitten und tanze gerne Ich spiele sehr gerne Handball Und ihr geht noch zur Schule? Ja, wir gehen dieselbe Klasse Wie vielte Klasse denn? Gymnasium? Zehnte Realschuleklasse Dieses Jahr Abschluss? Okay, wo geht es hin? Abschlussfahrt? Potsdam Potsdam Nach Branden? Ja genau Potsdam, Berlin Ähm, schon mal Gesangserfahrung gesammelt? Wir singen zusammen Ja genau, bei uns in der Klasse Abschluss singen Also im Chor sozusagen oder nur ihr zwei? Ähm, jede Klasse, wenn es einen Abschluss macht, singt zusammen was Ein paar Spiele mit Instrument und wir singen halt Sehr schön Ähm, spielt ihr auch ein Instrument selbst? Ne, ich hab mal gespielt, aber jetzt nicht mehr Welches denn? Ähm, Werflöte Melde dich jetzt an Peerstar 2011 D Öh, eyy Äh, eyy Bis zum nächsten Mal.